Energiegeld für Rentner. Werden von den 300 Euro Energiepreispauschale Krankenkassen- und Pflegebeiträge abgezogen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Fragen zum Thema Energiepreispauschale erreichen uns aktuell auf rentenbescheid24.de. Ich habe ja schon ein paar Videos zum Thema Energiepreispauschale für Rentner, die zum 1.12.2022 kommen soll, öffentlich gemacht und habe auch da die wichtigsten Fragen schon mal beantwortet. Ich soll zum 1.12.2022 die 300 Euro Energiezuschuss erhalten, so eine Anfrage. Ich bin Rentner. Von meiner Rente werden Krankenkassen- und Pflegebeiträge abgezogen. Ich bin Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner. Gilt das auch für die 300 Euro Energiepreispauschale? Definitiv nein. Die Energiepreispauschale ist sozialversicherungsrechtlich keine Rentenleistung oder Arbeitslohn oder Arbeitsentgelt. Deshalb fällt auf diese 300 Euro Energiepreispauschale keine SV-Abgaben wie zum Beispiel Krankenversicherungsbeiträge, Pflegebeiträge oder Rentenversicherungsbeiträge an. Die 300 Euro Energiepreispauschale ist grundsätzlich ohne Abzug von SV-Beiträgen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel ausgeregt... ... ... ...